Wir machen wieder einen Baum im Weg. Oh, sie schleppt sich auch ganz komisch durch die Gegend. Das gefällt mir überhaupt nicht, ey. Zu weit. Um. Nein! Nein! Boah, es ist so unglaublich. So, Scheißspiel. Sie will nicht mal Milch trinken, das ist nicht gut. Ich glaube, das wird noch schwer aufzuholen. Hä? Achso, auch einen drüber. Oh ja, Gegenwind kann ich mal ein bisschen Rückenwind sein, wenn man im Abschlag ein wegkrachten kann. Da kann ich mir anzeigen, dass wo der hingeht, ja auch nicht schlecht. Oh, der kann gut. Oh! Oh! Ja, war ja eine Sahne. Oh, ein Träumchen. Oh, zu fest. Ich sehe gar nichts. Ja, mach ruhig noch mal ein paar Scheißschläge, das ist schon okay. Kann ich wenigstens noch ein bisschen aufholen, vielleicht. Muss ich den jetzt aber auch gleich reinmachen. Booyah! Booyah! Gibt's denn nicht. Verkackt doch einfach. Booyah! 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 Not bad! Ein Schlager, sondern das ist jetzt auch nicht die Welt, ne? So. So. Knattern wir den mal hin. Jetzt gehen wir doch mal richtig vollgas. Der geht nach Garde. Mit bisschen rüber drehen. Und lass krachen. Oh! Nee, nee, der kommt nicht gut. Aber auch nicht so schlecht. Nett ist die kleine Schwester von Scheiß. Oh, jetzt ist sie. Soll ich mich mal hinter dich stellen, ne? Mal im Traktor und dir mal Unterricht geben. Am Abschlag. Kann man den eigentlich auch über den Zaun oder so zur Straße rüberkattern? Und irgendwie ein Auto zu retten? Das wäre auch nicht verkehrt. Korki lass sie. Lass sie! Wo kommt der hin von da? So, der hämmer mich gleich ins Wasser rein. Gleich wieder da? Jo. Wir müssen das jetzt schnell beenden, weil ich muss die, glaube ich, mal ein bisschen beruhigen. Denn die hat schon wieder, dass ja die Hinterläufe irgendwie wegklappen. Ich glaube, ich muss mich echt mal langsam entscheiden, weil das ist ja auch kein Leben für sie. Nee. Wir können sonst auch jetzt schon Feierabend machen. Wir haben doch nur noch zwei oder so, ne? Ja, ich glaube. Wollen wir auch mal wieder da? Ja, was ist es denn? Ach, fuck! Oh, warum ist das so doof? Ähnlich wie ich? Hast du gesehen meine weiße Marke, die da liegt? Ja, ja. Hätte ich mal original beim Curling da eine Kugel weggefeuert. Nee! Das kann's nicht sein! Wie geht das Ding da eben noch vorbei? Das geht. Ich muss dich auch erst mal treffen. Ich scheiße im Dreieck. Soviel zum Thema. Junge, Junge, Junge. Double Boogie. Oh, wir sind gleich. Zwei Löcher noch, okay. Nenn mal Feuer die Freude. Oh, ich darf wieder zuerst. Dann mach ich jetzt ein Hall in One. Nicht ganz, aber ich versuch's. Oh, Rückenwind! Jetzt kann ich aber richtig einen rausholen hier. Jawoll! Neuer Rekord. Weiß der Abstation 57 Meter. Das ist ne Ansage. Ich höre dir gerade beim Spielen hinter unten Rasenmäher oder... ...dann fliegt er dann ein Flugzeug. Sorry. Jojo. Ne, machst du was mit? Glaubst du was? Glaubst du was? Glaubst du was? Und ruf auf die Mutter. Wow. Schön. Oh, so noch weiter als ich. Vier Meter. Neuer Rekord. Ja. Hat 250. Was nutzt es? Ach, Steffi ist da. Profäe. Hi Steffi. Nee, echt? Ja, ist gerade nach Hause gekommen, schreibt sie. Guckt noch ein bisschen zu. Ist gerade so spannend. Ja, wir machen danach, aber Schluss Steffi, weil meinem Fuzi geht's überhaupt nicht gut. Ich hab so das Gefühl, es geht zu Ende. Also... Oder sie hat heute mal wieder einfach einen richtig scheiß Tag. Oh nein! Puh! Und dann haust das dann grob wieder raus. Ich raste ab, ey. Oh, dieses... Ne, jetzt verkack ich doch nicht mehr irgendwas. Lädst dir mal die Chance auf... Weißt du, was heute schon komisch war, jetzt wo ich drüber nachdenke? Als ich nach Hause gekommen bin, kam sie gar nicht. Das macht sie nämlich normalerweise. Da liegt sie... Ja. Da lag sie im Schlafzimmer. Hat sich nicht gerührt. Da dachte ich erst... Da dachte ich erst schon... Oh. Oh, der war sehr gut. Ja. Oh, dammit. Oh, ich glaube, ich hab das Gefühl... Ich könnte hier ein bisschen aufholen. Wenn du's nicht verkackst? Kann ich ja nicht, macht er ja von alleine. Ein... Birdie! Oh, du auch! Ist ja immer noch Gleichstand. Hahaha. Ich weiß gar nicht, ob man noch ein Loch spielt, wenn's gleich ist. Keine Ahnung. Nee, dann wird den Wolfschläger rausgeholt und dann wird sich geprügelt. Achso. Das ist GTA-Style, meinst du? Ja, ja. Gegenwind. Ähm. Aber die steht... Also Fuzzi steht die ganze Zeit auf einer Stelle, ne? Oh. Ganz komisch. Ja, ich glaub, ich werd mir zum Wochenende mal Gedanken machen. Oh, Mann, ey. Das... Warum kommt sowas immer zu Zeitpunkten, wo man's nicht gebrauchen kann? Aber es ist wahrscheinlich immer der Zeit... Äh, ist immer der falsche Zeitpunkt. Ja, der Zeitpunkt ist immer schlecht. Uh. Oh. Da hat aber noch einen Sandwurm gesessen und entgegengepustet und ich da reinrollen. Ja. Oh, schon wieder die... Hab ich engagiert. Oh. Oh. Ganz starkes Ding. Ja, jetzt hast du gute Chancen. Noch zu gewinnen. Oh, ging ja. Ah, das ist meine Hund. Fellowsibles. Nee. Aleshowen. über hum. Segen. undo. Kurz. Jah, len軸 Kurve. Abuswerden das macht man nicht ablenken beim Passagen beim Schlagen Lügen durch Gendrin Böse Rüssel hohe Schotten aber das ist trotzdem gewonnen es sei denn möglich und das ist ein ich schaff das jetzt Nein, ich hab jetzt ein Paar, ich hab ein Paar. Aber das schaffe ich nicht, eins noch ist zu weit. Glaube ich zumindest nicht. Distanz 3 Meter zum Pin 3 Meter. Da habe ich wohl um einen Schlag verloren. Das war knapp. Ich hab eine Trophäe. Ich hab das nur gewonnen, weil ich es beim ersten Mal nicht gerafft habe. Hör auf. Hör doch auf. Na gut, also ich verabschiede mich dann für heute mal. Jo, ich geh raus. Mal gucken, wie es jetzt die Nacht wird. Und ansonsten geht's morgen erstmal weiter mit Tomb Raider. Gute Nacht. Wir sehen uns. Jo, mach's gut. Genau, ihr könnt jetzt eine Matze rüber wechseln. Meckermatze bei Twitch streamt gleich dann auch was weiter. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.